Hey Leute und willkommen zu einer neuen, schockierenden Folge von Life is Strange 2. Wir sind in Episode 4 Faith und werden gerade von zwei Rassisten konfrontiert. Wir haben auch ein bisschen auf deren Grundstück geparkt und die verlangen von uns jetzt, dass wir singen. Und eigentlich will ich das nicht, ich will mich weigern, aber... Ich hab irgendwie dann Angst, was dann passiert. Wir sind in der Welt, ich frage mich. Wer ist, wo du bist? Ich frage mich, was du bist im Ciel und im Meer? Ich frage mich, was du bist? Jäuble, genug ist! Ich frage mich, was du sie zu Ende? Ich habe die Gesang gespielt. Geh weiter. Geh weiter. Du wirst, wirst du wirst. Du wirst, wo du wirst? Ich frage mich, was du wirst? Ja, fick dich selbst. Der eine war übrigens doch leicht ver- leicht vernünftig. Du wirst, wirst du wirst. So, the wolf-brothers were split apart. The oldest wolf was badly hurt, but nothing could stop the wolf from following his brother's tracks. Oh, my God. Und hier sind wir. Middle of nowhere. Okay. Still a few hours away from Haven Point. Almost there. Shit, I need a break. Might be some shade at the next billboard. Nice, don't go away from a denken. Hardly ist a case study. See you, souvenirs are referenced. Nice to meet you. A certain tweak of thethey andaltung books you can use it now to then establish a note on youráticas, can you see them if they exist on the login page? Now, I've looked at this icon. Here I go to theISA library or todavía Ctrl 1,1 96 98 97 Talking with the ANSI figure. Oh, ja. Shade. Oh, Mann. My feet are killing me. It feels like hiking in hell. Oh, shit. My throat feels like sand. Oh... Never drew a desert before. Huh. It's so empty and quiet. Okay. Just draw now. Don't think about anything else. Where is the trigger point? Oh, here. Yeah. Got a good picture of it. I'm ready to draw now. Guess I could spice things up a bit. Make the whole thing funnier. I could try adding details. Focus a bit more. Okay. Just draw now. Don't think about anything else. Man. My eye always starts hurting when I focus for too long. I... tantal性 how to do it. One more. 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 Daniel wäre okay. Feels like I haven't seen him in years. Of course I miss everything about him. Even his whining. Yeah, you can wait to get out on your own. Now you are. That sucks. That's just a coincidence, right? Oh. Too fucking hot. Feels like my brain is melting. Shit, there's a truck coming. Whoa. Is he honking at me? He's stopping. Okay, be cool. Just see what he wants. Truckers can't be cops. Right. Hey. You left. It's too damn hard to be walking. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Also, ich bin sowieso für einsteigen, weil das könnte netter sein. Das muss ja nicht unbedingt ein Polizist sein. Äh, und laufen. Da bist du danach am Arsch oder tot. Also, tot ist er natürlich nicht, weil... Äh, muss ja noch in der Story sein, aber... Ich würde einsteigen wählen, ganz ehrlich. Ja. Thanks. Hold up. Hey, you look like shit. You're eye okay? Yeah. Just to scratch. Good. Well, I hope it's not contagious or something. Hey, Anton. You there? Everything all right? Yeah, what's up? Some GPS tells me you parked in the middle of nowhere. Just to know what happened. I, uh... I had to make a shit stop. Over. Too much information, but... 10-4. You mean number two. You owe me a beer for that. Over and out. Don't freak out. Don't freak out. I... I wouldn't have picked you up if I cared about that hitchhiking law. Okay. Cool. So, you hungry or what? You look hungry. I am. Thank you. As you heard. My name's Anton. It is good, huh? My wife packs the best sandwiches. Messy. Best sandwich ever. Seriously. Thanks, sir. Anton. Anton. Right. What's your destination? Hmm... Haven Point. You've heard of it? Oh yeah. Straight ahead. About an hour. Take a nap if you want. You don't have to stay in the house. Don't worry. I'm not a fucking weirdo. Just a boring trucker. I'm not a fucking weirdo. Just a boring trucker. Just a boring trucker. Just a turn. Just a few minutes in your foot. so indeed Das letzte Stopp, Haven Point. Vielen Dank. Du bist nur vorsichtig hier. Diese Leute sind ein bisschen weird. Really? Okay. 10-4, mein Freund. deshalb wohl die gemeinde von jacob wir haben noch 17 dollar übrig wie kann das denn sein wir haben doch so viel geld hope those people are caring christians like our grandparents wow forgot about Easter I completely lost track of time for sure Claire wouldn't approve gambling so glad this guy picked me up how it's too big to worry about him hmm must be more kids here huh wonder if Daniel made friends can't see anything guess it's time to go to church yeah take me to church think he was trying to oh you okay now is it gone I I think good scoot back inside now okay dad boy hello there young sir can I help you uh I think so yeah you here for the service uh not really looking for someone don't be shy everybody's welcome here no matter who you are or where you're from in his eyes we are all equal plus we have a pretty nice spread after the service stay as long as you want okay thanks don't thank me I'm just a vessel for our Reverend thank her looks like you're here to see our new miracle right uh what miracle you haven't heard of him then I won't spoil it for you he'll be here any minute now just come inside and see for yourself praise the lord that poor little girl cough sounds real bad her father was not yeah very humble her father was nice maybe people won't judge me here oh feel that cold air thank god for AC why are they talking about my brother like that preise daniel eure freunde die bladdies ist ein wunderkind von jesus heute in pastorin fischers kirche dank ich würde es nicht glauben wenn es nicht selbst wenn ich es nicht selbst gesehen hätte daniel ist in der tat ein engel der uns gesandt wurde halleluja chamore fälschung ich danke dem heiligen geist für den engel daniel er ist gekommen um die welt von dreck und zündern zu befreien gesegnet sei deine seele ein freund und ich habe das wort gehört und werde diesen tag und diese kirche nie vergessen die mutter pastorin es war ich ein werkzeug des herren armen ross holles bay mutteroberen ��겠습니다 Oily. Das ist besser als nichts, ich glaube. Das ist besser als nichts, ich glaube. In diesem unseren Kind und unserer Kirche zu erleben, echte Wunder vor Ort. Gottesdienst täglich um 12 und 16 Uhr, jeder ist willkommen. Unser Königreich erwartet uns. Ich nehme die Leute, vielleicht brauchen sie es. Wir sind bereit, um diese Kirche zu retten. Diese Gemeinde ist eine Feuerwehr, um sich zu retten. Gut. Wenn Daniel hier ist, dann wird es nicht so gut gehen. Das ist nicht so, dass jemand, wenn jemand zu retten, bevor der Herr. Ein Spiegel mit Daniel? Was passiert? Was ist passiert? Ja, jetzt... Oh, ich fühle mich... Claire hatte ziemlich die gleiche Sachen. Hm. Cute. Ich höre deine Geschichte. Ich komme zu dir, brothers and sisters. Oh, my brothers and sisters. The world is in trouble. We are in trouble. Can you feel it? So I'm not the only one. Amen to that. We are surrounded by false idols. A society run by greed and technology. Do you think we're any smarter? Shit. I will draw too much attention. Better try upstairs. So, wir würden was sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Life is Strange 2 Episode 4 Faith und Ciao. Wie, ... ...